so leute herzlich willkommen zu einer weiteren folge pfz gw1 heute wieder mal mit der sonnenblume im start ihr wisst mit der spiele halt ich so gut wie gar nie ich mag die irgendwie nicht ja trotzdem heute mal zur abwechslung sonnenblümchen da kommt mal ein wissenschaftler von der seite und alles da von der seite hey 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 oh bin selbst down kama eh wieso denn mit den ganzen neighbor sehe ich ja nichts ach komm du scheisse ich bin immer noch bei null ich habe ja gesagt mit der sonnenblume bin ich gut komm mal her überhaupt da ich gern aggressiv reingehe und ich finde die sonnenblume irgendwie nicht äh richtiger charakter für den aggressiven spieler ja ja da bist du hände hoch hier kommt die sonnen strahl polizei auch schlecht 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 ja 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 schnapper du hättest auch warten können herr schnapper ja wenigstens habe ich jetzt einen zweiten kill schnapper ja 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 hallo herr wissenschaftler Wo bist denn du da hin? Nee. Ich will da direkt frontal reingehen. Ganz aggressiv. Nee, Mann. Oh, danke. So, komm. Ein paar Kinder, ich brauche dich, Mann, und schon wieder abgebrochen ist. Okay, es ist ein Gesundheitsboost kriege ich. Was machst denn du da? Fußpflege. Im Buhl. Äh, kurzer Zwischenstand. 33 zu 30. Ach, den kriege ich so nicht. Tja, so leicht. Trickst mich auch nicht. Oft. Oh, komm, ey. oh nein happy mann du blöder wissenschaftler 3 kill habe ich also 45 und 43 ich sage ja mit der sonnenblume kritisch ich bewundere die spieler die da mit der sonnenblume gut spielen können meins ist nicht also ich mag da ein charakter wo ich frontal reingehen kann angreifen kann und da eignet sich für mich eigentlich nach wie vor die erbse am besten notfalls das ist die Schnapper oder Kackteer. Tja, so wenig Kints hatte ich auch selten. Aber was will man machen? Ich hab ja gesagt, Sonnenblume. Also, schauen wir mal nach, wie viel ich auch sogar zwei Auszeichnungen hab ich gekriegt. Mit drei Kills. Naja. Was hab ich denn da gekriegt? Meister Heiler und Vorlagen Meister. 15 Vorlagen, nicht schlecht. So Leute, wenn's euch gefallen hat, auch wenn ich nur drei Kills hatte, lasst ein Abo da, lasst einen Daumen da und schaut das nächste Mal wieder rein.